Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 26. März. Wir haben hier wieder unseren Tagesschart mit unseren Long- und Short-Preiken vorliegen. Wir hatten am Vortag hier einen relativ starken Rücksetzer gehabt, Richtung 14.422 Punkte, dann im Tagestief, konnten uns dann aber Intraday doch wieder erholen und dann wieder deutlich ansteigen und dann sogar auch wieder über den 10er EMA ansteigen bei 14.576 Punkten aktuell und damit neue Stärke demonstrieren. Der Long-Bereich befindet sich dann für den heutigen Freitag unverändert, erneut im Bereich von 14.500 bis 14.550 Punkte und der Short-Bereich dann deutlich höher hier am Widerstand im Bereich von 14.750 bis 14.800 Punkte, wo sich auch die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals befindet. Solange wir uns hier weiterhin weitgehend über dem 10er EMA, also über dieser gelben Linie halten können, ist dann kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Wir haben ja wahrscheinlich auch eine Art Bodenbildung hier nach dem Kursrückgang hier ab 14.804 Punkte und diese Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem weißen oberen Kerzenkörper ist bullisch einzuordnen. Insofern ist aktuell dann eher damit zu rechnen, dass sich dann hier eine neue Aufwärtsbewegung ergibt, die möglicherweise dann dem Trend folgend auch das Verlaufshoch bei 14.804 Punkten dann überschreiten kann. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart mit den Trendkanälen. Da haben wir dann, wie gesagt, hier im oberen Bereich bei ungefähr 14.800, 14.850 Punkte hier die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Das wäre dann hier erneut die Anlaufmarke bei einem möglichen neuen Hochlauf. Wahrscheinlich wird der DAX dann aber hier erneut in diesem Bereich dann nach unten abprallen und dann erneut zunächst einmal den 10er EMA anlaufen. Der Aufwärtstrend ist mittelfristig weiterhin intakt, solange wir uns über der blauen Linie aufhalten, dem 50er EMA aktuell bei 14.139 Punkten. Gut, und dann noch ein Blick auf den Monatschart im DAX. Da sind wir ja nun im Monat März hier über die obere Widerstandslinie nach oben ausgebrochen und solange wir uns dann auch beim Rücksetzer hier über dieser Linie halten können, ist dann letztendlich langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Also sollte es zu einem Rücklauf kommen im DAX, könnte es sich dabei nur um einen Pullback handeln, der dann diese alte Widerstandslinie noch einmal testet und dann kommt es hier zu einem Abpraller nach oben und zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Eintrüben würde sich die Lage erst dann wieder langfristig, sobald wir hier diese Linie, hier diese alte Widerstandslinie nach unten durchbrechen würden, dann hätten wir hier einen Fehlausbruch vorliegen und dann würden wir hier langfristig wieder nach unten abdrehen. Hier die Lage würde sich eintrüben und wir würden dann höchstwahrscheinlich nach dem Fehlausbruch dann vor einem längeren Rücklauf stehen. Gut, und damit werden wir dann mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag auch schon wieder durch. Ich wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel und ein erholsames Wochenende und ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart Flash.